Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei den Chilling Gamern. Ich bin der Christopher und habe heute wieder den Bob dabei. Moin! Oh, kriege ich gruselig! Ja, das wird gruselig, denn die Albträume, die Fortnite-Albträume stehen an ab 11. Oktober. Es geht auf Halloween zu und wir gucken hier mal in dieses kleine Video rein, was uns Gruselspaß mit dem Knall-Effekt verspricht. Ja, ich würde sagen, da gehen wir doch einfach mal rein und dann klicken wir mal auf Video anschauen. Oh, ein Messer! Klauen! Oh, Alter, es geht aber los da! Klappeschnitzen! Was haben wir da? Texas Chainsaw? Der Typ aus... Wie heißt das noch? Oh, eigentlich müssen wir uns das noch mal kurz angucken, oder? Ein Spiel spielen? Ja, ich glaube auch. Also Fortnite Mairs heißt das offiziell. Es gibt also wieder ein Halloween-Event, wahrscheinlich auch wieder mit ein paar Skins vielleicht. Letztes Mal war das ja so eine Karte, die man als Gruppe dann bestreiten konnte. Dieses Mal, ja, das wird wohl kein Kürbisschnitz-Wettbewerb sein, oder? Doch, ich bin mir sicher, es wird ein Kürbisschnitz-Wettbewerb sein. Ja, du kennst die Leute besser als ich. Ich finde den Affen cool, den Stoffaffen. Ja, wir können dann nochmal auf Video anschauen klicken. Dann sehen wir es noch einmal. Ja, am 11. Oktober geht's los. Da wird's dann wahrscheinlich wieder eine Missionskette zu geben und wahrscheinlich auch eine eigene Map, würde ich mal sagen. Ja, 100 pro auch wieder ein paar tolle Skins im Shop. Der Teufel ist auch dabei. Naja, und das letzte große Event, bevor dieses Kapitel schon wieder endet, so langsam, ne? Ja, ich glaube auch. Dürfte dann ja so langsam im November endet es, glaube ich, ne? Der Battle Pass läuft noch. Bis zum 2. November. Ja, siehste. 7.4. Kommt dann zu diesen 5 oder kommt dann schon das nächste Chapter-Krieg? Ja, das wissen bestimmt unsere Zuschauer besser als wir. Die können das ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Und schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von diesem tollen, ja, neuen Event erwartet und ob ihr euch darauf freut. Denn bald ist es ja soweit, 11. Oktober, das ist nicht mehr so lange. Wir haben heute den 8. Ja, ich würde sagen, da gehen wir doch voll rein und freuen uns darauf. Ja, schauen wir zusammen mit euch mal rein und dann sehen wir uns sicherlich auch noch bei der einen oder anderen Lego-Karte wieder. Und dann auch da wird es neue Karten geben, aber dazu dann später mehr. Ja, da werden wir mit Sicherheit auch mal wieder reinschauen. Ich würde sagen, falls ihr hier nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, kommentiert auch gerne irgendwas und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Haut rein, ciao! 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 Und dann